Verschicken von Smileys Du kannst deinem Freund bei Facebook auch Smileys schicken. Du möchtest einen Smiley verschicken? Dann klicke auf den grauen Smiley rechts unten. Es öffnet sich ein neuer Kasten. Hier kannst du verschiedene Smileys auswählen. Es gibt große Smileys. Dafür klickst du auf den Smiley ganz links. Es gibt Katzen. Dafür klickst du auf die kleine Katze in der Mitte. Und es gibt kleine Smileys. Dafür klickst du auf den Smiley rechts. Es gibt auch noch mehr Smileys. Du möchtest noch andere Smileys verschicken? Dann klicke auf das kleine graue Feld rechts oben. Jetzt siehst du einen neuen Kasten. Hier kannst du dir neue Smileys aussuchen. Das ist umsonst. Du hast dir ein Smiley ausgesucht. Dann klickst du auf kostenlos. Du klickst auf das X oben rechts. Und der Kasten ist weg. Und du siehst wieder deinen Chatkasten. Wenn du auf den neuen, kleinen Smiley klickst, siehst du deine neuen Smileys. Du möchtest einem Freund einen Smiley schicken? Dann suchst du dir zuerst ein Smiley aus. und klickst auf diesen Smiley. Jetzt siehst du diesen Smiley im Chatkasten. Dein Freund kann ihn nun sehen. Dein Freund. 1-N-M. 1-M. M. Vielen Dank.